Das wird nicht mehr unser Problem sein. Oh Gott. Oh, jetzt müssen wir wieder kämpfen gegen ihn. Das ist, wie ich finde, eine der spannendsten Szenen im Spiel. Oh Gott. Oh oh. Das ist nicht gut. Oh. Ja. Ich drücke ja Kuh. Ich drücke doch Kuh wie ein Blöder. Oh. Oh. Lilly, hilf. Kuh smashing. Lady? Uuuuhh. Oh. Oh. Ah! you Is that all you got Lee you a nice it Hits all over Fuck you depende mommy kit out here. Yeah, do y'all fuck Sie kommen nicht! Was meinst du? Lee? Was meinst du? Ich bin nicht mehr von mir! Wir gehen zu unserer Gruppe zurück. Ich bin nicht mehr von mir. Ich bin nicht mehr von mir. Ich bin nicht mehr von mir, Lee. Lee! Sie kommen in! Lee! Ich bin nicht mehr von mir! Und selbst eine Ehefrau ist zu einem der Walker geworden. Ich bin völlig zu mir. Hei Lee. Ich würde ehrlich sagen, dass ich das Motel insanely verletzeihe. Aber... Ich bin nicht mehr von mir... Ich bin glücklich, dass du hier rauskommst. Wenn du das von Andy nahm auf einmal gesehen hast werden... Wir müssen nicht wegkommen. Waren sie wirklich... ...killingen Menschen? Für Essen? Ja, sie waren. Das ist krank. Gott, einfach... Clementine. Sie wissen nicht, richtig? Sie ist nicht dumm, Carly. Katja hat das geschafft, während sie in der Haus war. Sie sagte, es war mit deinem Essen. Ja, ich habe es gefunden, während ich den Menschen, die Mark besucht hat. Du willst es? Warum nicht du es? Es hilft, es hilft, etwas, was du zu tun, zu dokumentieren. Wie geht's dir? Ich werde gut. Ich bin nicht so jung, wie ich war. Hon, gehen Sie und mir und Li ein Sekunden. Es gibt einen Fall-Out. Für die Mutter von Lilly? Ja, ich würde so denken. Was denkst du? Ich bin mit dir, Kenny. Wir machen was muss. Du bist richtig. Das R.V. nach dem Motor-Innen ist jetzt bereit. Ich möchte, dass du mit uns kommen kannst. Ich meine es. Okay. Ja. Komm schon, Clementine. Bleib bei uns. Lee, hast du diese Männer zu töten? Ich sollte das nicht tun. Sie waren sehr schlechte Männer, Clementine, aber das bedeutet, dass ich sie zu töten habe. Warum hast du? Ich habe nicht gedacht. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Aber ich habe das falsch gemacht. Du solltest niemals töten jemanden, wenn du absolut nicht musst, okay? Okay. Hey, Dad. Was ist das Geräusch? Was ist das für ein Auto? Es scheint gerade noch benutzt worden zu sein. Hallo? Ich habe das Geräusch. Ich habe das Geräusch. Ich habe das Geräusch. Ich habe das Geräusch. Das Geräusch. Das Geräusch. Musik. Das Geräusch könnte uns alle. Nicht alle. Wir. Was ist das? Was ist das, wenn es jemanden ist? Wir müssen das nehmen, Clementine. Wir brauchen es, um es zu überleben. Wer sagt, es ist deine Entscheidung zu machen? Hey, wir haben nicht Zeit für diese Scheiße. Gibt es oder nicht, wir brauchen dieses Essen. Jetzt komm hier und öffne den Trunk, Lee. Öffnen wir mal den Kofferraum. Ja, natürlich, das war logisch. Hm. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Somewhere in here. Supplies? I'll pick it. Aber sie nimmt es trotzdem. Got a box of food here. I'll carry it. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. It's yours now. It's yours now. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here. You can have some, too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not going to let me live that down, are you? Oh, God. Lee. You're going to want to see this. Oh, shit. Jake, Bart, Linda, and all y'all fucking sickos from the save lots. They call y'all bandits, but you're fucking raping. Oh, darling, baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No, Clementine. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. Y'all thinking you're safe? Sitting there, acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you've got to be afraid of. The people I used to call friends. The people who just... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Wow. Aber die alte haben wir ja auch platt gemacht, sozusagen. Das nächste bei The Walking Dead. Making is done, pal. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases, anyway. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get them out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? Well, we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Okay. 84% der Spieler haben Davids Bein abgehackt. Also das war dieser, wer war denn das nochmal? Ja, der Musiklehrer, glaube ich, war das von den beiden Schülern. Schotjolin, weiß ich jetzt gerade nicht. Schotjolin? Jolin? Ach, das war die verrückte Alte, genau. Jolin, die die Kappe geklaut hatte. Ja, da hat ja Danny sie erschossen. 87% der Spieler. Helped Kill Larry. Du und 31% der Spieler haben Larry getötet. Ja, es war eine schwierige Entscheidung. Also wir konnten uns entscheiden, ob wir ihn leben lassen. Beziehungsweise dann wäre er, glaube ich, auch gestorben, weil... Er war ja quasi schon tot. Aber wir mussten das Gehirn zerstören irgendwie. Man hätte beide Brüder killen können, töten können, haben aber 82% der Spieler nicht gemacht. Und 55% der Spieler haben das Essen geklaut. Naja. Das war das Walking Dead Staffel Zah... Episode? Staffel? Staffel 1, Episode 2, so. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. War es wieder super, super, super spannend. Die Folge ist ein bisschen lang geworden. Ich glaube, die cutte ich in zwei Teile. Ähm. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zur Folge, bis zur Staffel 3. Ja. Bis zur Episode 3. Bis zur Folge, 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 bis zur Folge.